so in diesem video soll es einmal um kochi folgen gehen und die eigenschaft eine kochi folge folge zu sein das ist wie folgt definiert also wir haben die definition und eine durchaus komplexe folge also es kann eine reelle folge sein es darf auch eine komplexe folge sein eine komplexe komplexe folge a n heißt kochi folge wenn sie folgende eigenschaft besitzt also was wird da gefordert es wird gefordert für alle y größer 0 ok das ist business as usual gibt es ein n 0 aus den natürlichen zahlen ok soweit ist als alles wie bei der definition von konvergenten folgen ja aber jetzt kommt jetzt ist anders dann muss gelten dass für alle n und m aus den natürlichen zahlen etwas gilt denn wenn n und m beide größer gleicher 0 sind dann muss folgen dass der abstand zwischen a n und a m kleiner epsilon ist so das ist die kochi eigenschaft und wenn man jetzt genau mal hinschaut und das vergleich mit der definition von einer konvergenten folge dann fällt auf wo ist der grenzwert ja denn den hatten wir der in der definition von einer konvergenten folge nicht gefordert da stand nämlich drin es gibt ein alpha ja und das haben wir hier nicht und das ist gerade die besondere eigenschaft einer kochi folge die eine kochi folge also eine folge kann eine kochi folge sein ohne dass es diese interessante zahl gibt und aber sie muss halt diese besondere eigenschaft besitzen ja das heißt wir haben hier irgendwie keinen grenzwert ja dieser diese zahl ist also nicht nötig das ist dann schon mal ganz praktisch wenn wir zum beispiel eine folge haben wie diese hier ja wenn wir uns die mal genauer anschauen dann sehen wir vielleicht okay die scheint irgendwie konvergent zu sein ja aber vielleicht also kinder der szene werden sagen ja genau das ist doch irgendwie ente wurzel von n ja das stimmt aber vielleicht erkennen wir den grenzwert nicht genau oder also die scheint ja die scheint gegen 1 zu gehen wir haben in einem anderen video auch gezeigt dass sie gegen 1 geht aber wenn man den grenzwert nicht genau kennt ja und trotzdem zeigen will dass das diese folge konvergent ist dann ist die frage wie macht man das und die antwort ist eben halt aber man zeigt dass diese folge eine kochi folge ist das ist also das was diese kochi eigenschaft mit sich bringt ja dass man nämlich diesen ein nachweis erbringen kann okay eine folge kann kochi sein also diese kochi eigenschaft haben ja ohne dass man eine gewisse zahl angeben muss nämlich sondern man muss nur etwas wissen über die über die verhaltensweisen der folge glieder ja deren abstand darf nicht beliebig groß werden so wenn wir hier finde ich mir jetzt das vorstelle was bedeutet das eigentlich das bedeutet eigentlich diese dass diese eigenschaft wie folge aussieht also es für man wünscht sich also quasi die wir dieses epsilon und sagt okay ich wünsche mir ein epsilon ja und dann muss es eine zahl n0 geben die ist dann irgendwo hier zum beispiel so dass n0 und wenn ich mir jetzt diese zahl n0 wähle bedeutet das ja dass ich dann auch es schaffe einen epsilon schlauch zu bilden ja und dann sind alle folgengeläder innerhalb dieses epsilon schlauch ja mehr oder weniger ja nur die höhe wo die selbst und schlauch angebracht wird das ist nicht festgelegt ja das heißt wenn meine wenn ich ein anderes ebsland wähle und ich ein anderes n0 habe kann es sein dass ich das dass ich das diesen ebsland schlauch irgendwie tiefer ansätze oder höher ansätze ja das ist eben halt genau der unterschied zu einer folgen konvergenz bei der folgen konvergenz ist die der grenzwert ja gegeben und der ebsland schlauch ist immer um den grenzwert herum gelegt ja und genau diese festlegen wo diese ebsland schlauch hinzulegen ist das ist nicht gegeben bei einer kursche folge sondern es wird einfach nur gesagt ja ja das muss man muss irgendwie eine zahl finden n0 und dann ist diese ebsland schlauch irgendwie so anzupassen dass alle folgen die da wird in diesen ebsland schlauch zu finden sind alle ohne ausnahme und die die da vor diesem n0 rumliegen der das interessiert nicht ja das ist das ist die geometrische interpretation von dem begriff kursche folge und das ganze würde nicht so besonders spannend sein wenn nicht im nächsten video der satz erklärt werden würde dass nämlich alle konvergenten folgen auch kursche folgen sind und umgekehrt ja dass eine konvergente folge eine kursche folge ist ist nicht sonderlich überraschend dass aber eine kursche folge auch immer eine konvergente folge ist das ist cool warum weil es nämlich dann uns erlaubt zu sagen auch ohne erkenntnis einer konkreten zahl als grenzwert können wir nachweisen dass eine folge konvergent ist indem wir einfach nur nachweisen diese folge ist kursche ja und das ist also eine besondere eigenschaft uns erlaubt uns konvergenz nachzuweisen ohne den genauen grenzwert zu kennen aber das erkläre ich im nächsten video hier Vielen Dank.